Herzlich Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Star Wars Battlefront. Ich muss mal eben den Audio noch ein bisschen umstellen. Einfach mal 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, so. Ja, es geht weiter. Wir machen die Mission Kashyyyk, First Line of Defense. Es ist eine Flugmission, man kann sie überspringen, wenn man will, aber ich mach sie einfach mal. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten mal. Ich werde mal diese Einheit hier nehmen, nicht den. Er ist zwar besser im Sturm und wenn man hier halt drin ist, aber ich werde einfach mal jetzt den hier nehmen. So. Gut, das ist ziemlich leer hier. Wir fliegen einfach mal mit dem Transporter, jetzt gibt es neue Flugzeuge. Der Transporter ist noch defekt in der Mission, aber es können halt mehrere Einheiten da drin fliegen. Und dann kann man den halt so als Spawnpunkt in der gegnerischen Base aufstellen. Und ich greife uns einfach mal den Flieger hier und wir düsen einfach mal los. Was kann der nochmal? Genau, der ist zum Zerstören von Sachen da. Wow. Kann ich eigentlich jetzt hier schon reinfliegen? Ich guck mal eben. Einfach mal Turbo. Fliegen wir mal hier rein. Landen wir. Und ich muss mal gucken, ob wir jetzt erstmal die Sachen drin zerstören können. Aber wir müssen irgendwo hin, ne? Das heißt, wir können dann hier erstmal probieren. Probieren geht über Studieren, würde ich sagen. Und den Spruch habe ich jetzt hier geklaut, so. Hohohohohohoho. Lustig. So. Ah, geil. Wir können hier schon durch. Äh, durch. Hoch. Voll. Ja. Am besten mal schön Kopfschüsse mit der Waffe geben. Mitze auch, äh, schön sterben, so. Die Waffe ist nicht die stärkste, aber man kann eigentlich mit der ganz guten Schaden machen. Wenn man sich nicht ein bisschen doof anstellt, so. Na komm, na komm. Stirb. Oh fuck, das wird eng, das wird eng. Mh. Warte mal, warte. Oh fuck, ich will noch hier gucken, ob ich hin muss. Nein, wir mussten nicht hin. Gut. Dann kann ich mich auch killen lassen. Spawn. Ich nehme mir mal wieder das, damit das ist gut zum Zerstören von anderen Sachen. Bringt mehr als jetzt, wenn wir dieses Gelbe nehmen. Das kam übrigens auch im Film vor, äh, im Episode 3. Damit ist, glaube ich, äh, Anakin geflogen oder Obi-Wan mit dem Gelben. Und jo, nochmal so als Tipp, so. Ja, der hat nicht getroffen. So. Die Dinger machen wesentlich mehr Schaden als, äh, äh, andere Flugzeuge, weil die sind ja auch extra dafür ausgebildet oder eingestellt, weil die anderen bringen nicht so viel. Also machen nicht wirklich viel Schaden, die sind eher auf andere Flugzeuge zerstören ausgelegt. Oh, ich bin falsch rum, merke ich gerade. Ja, das ist sehr vorteilhaft, wenn man nicht weiß, wo man hinfliegt. Deswegen muss ich jetzt erstmal scharf drehen. So, weiter, 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 komm, 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 komm. Ja, und jetzt feuern wir mal so ein bisschen. Ey, wir sind wieder falsch rum, ne? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wie behindert. Oh, ich könnte schon wieder kotzen. So, jetzt sind wir richtig rum. Jetzt sind wir richtig rum. Voll fit, krass. So. Na, den Turbo nochmal einlegen. Jetzt drehen wir mal nochmal eine Runde. Das Drehen hier ist echt schwer. Ach, komm, ey, komm, lass mich doch in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Yay. Ja, trifft nicht, genau. Oh, mal ein bisschen draufschießen. Na, komm, lad, na. Ja, jetzt kann ich wieder neue abfeuern. Komm, 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 einfach hier ranfliegen. Oh, 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 scheiße. Oh, das geht ja ab, das geht ja ab. Komm, 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 feuer noch, feuer noch. Ey, der feuert nicht, der feuert nicht. Scheiße. Schnell. Geil. So, wir nehmen jetzt einfach mal eine andere Klasse. Mit dem müsste Obi-Wan geflogen sein. Oder Anakin, ich weiß nicht mehr so genau. Ich fahr mal mit nicht gemerkt. Also, mit welchem Flugzeug wer geflogen ist, also. Das weiß ich jetzt nicht so. Wow, ich bin schon wieder unter Beschuss hier. Das geht doch gar nicht. Lasst mich in Ruhe, ich will nur euch töten. Und auch Gedärme fressen. Ey. Ich glaube, es hackt ihr. Ja, wenigstens kann ich nur ein paar Treffer landen. Ach, ich bin so schlecht. Was habe ich denn zuerst? Welches habe ich zuerst an... Oh. Wir haben die Mission abgekackt. Wir haben verloren. Ich würde sagen... Wie lange habe ich jetzt aufgenommen? Äh, ja. Ich bende den Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das war ein Failpartys. Das war ein Failpartys.